Liebe Anna Karina, wir sind auf großer Autogrammstunden-Tour quer durch Deutschland und so sieht sie aus wie die neue CD. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, Mensch, die CD, die habe ich mir doch schon mal gekauft vor einem halben Jahr. Das ist nicht ganz richtig, denn es ist eine neue Version von dieser CD. Genau, das ist eine Glücksgeschichte, das heißt zwei CDs drin, eine CD, eine DVD und ganz viele neue Songs. Und das Allerschönste ist, zu jeder CD gibt es noch eine Fernsehenserie zu holen. Nein, den habe ich mir natürlich heute mitgebracht. Eigentlich wollte ich gerne die DVD mal zeigen, die Doppelspinner ist. Du hast drei Videos mit auf die DVD gebracht, die spielen gerade hier ab. Spielt in jedem DVD mehr. Ja, auf jeden Fall oder in jedem Top. Was sind das für Videos, die da drauf sind? Das sind Videos, das passen zu einem Song. So, wenn es ich halte, dass ich für diesen Song auch gleich dabei nicht habe. Ja, ein trauriger Song aber sehr schön gesetzt. Das muss man schon sagen. Also, und weißt du, was die CD kostet? Ich habe für meine CD damals 475 Euro bezahlt. Wo hast du die denn gekauft? Ich habe die jeweils nicht hier bei Kaufland gekauft, sonst hätte ich sie günstig gekriegt. Die kostet heute 9,99 Euro. Genau, also beide CDs zusammen. Beide zusammen. Beide. Und DVD. 9,99 Euro. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen. Ja. Auf den CD ist auch ein Song von Dieter Bull mit drauf. Ist auch mit drauf. Jawoll. Das ist einer der Lieblingssongs vieler Kinder. Für dich schiebe ich die Bull weiter als der Song mein nächstes. Ist mit drauf. Ja. Heute Abend, ja du hast es schon gesagt, bist du live auf dem Sender wieder? Ja. Bei MDR 1, Sachsen-Anhalt? Nein, das Radio Mini heißt es. Radio Mini heißt es. Das hast du auch schon gesagt. Ja. Ja. Es ist meistens anders, aber es ist halt der Sender Lieblingsradio. So kann man es doch sagen. Du gehst auch mit, in der Zeit sind wir halt auf Tour. Lernpartie. Wann sehe ich? Ab Mai. Also den ganzen Mai. Dann geht es, wenn du siehst, alle im Sachsen-Anhalt. Und man muss einfach nur auf der Hochzeit komplett gehen. Ich glaube, Kühen ist dabei. Habe ich heute gerade gehört? Kühen ist auch bei Kühen. Und sich auch hier oben irgendwo. Schaut bitte. Oder hört eben mit dem Stadion. Dann bekommt ihr die Familie auf der Homepage das auch. Dieses Jahr gibt es viele viele tolle Konzerne mit dir. Ja. Wir schauen auf die Homepage. Ich habe auch mal das Proberatet. Hier irgendwo steht die Homepage. Wo habe ich sie hingeschrieben? Ja. Hier ist sie ganz groß. www.anamalina-holzschad.de Ja. Da kann man einklicken, das ist alles klar. Genau. Oder bei Facebook überall. Meinst du, dass jemand bei Facebook gibt? Das ist jemand bei sich. Nee, das ist keiner bei Facebook. Ja, das sagt ja. So viele bei Facebook. Ja, das ist schön. Wenn ihr schöne Flüsse gemacht habt, schickt sie mal rüber. Und wir schauen uns alles an. Audio-Kai, ja. Das freut uns sehr. So, jetzt haben wir natürlich auf der CD 17 Teile zuhause. Jetzt muss man sich mal vorstellen. 17 Teile auf einer CD. Aber du hast 17 draufgepackt. Ja. Und deswegen fällt es uns so unendlich schwer, den richtigen Team jetzt noch raus zu suchen. Ja. Ich habe das wunderbare Medley. Ja. Der Team ist Nummer 13. Worte schon gewünscht. Ich weiß nicht. Aber du in Schweizer ist ja auf der Bühne. Ja. Ich kann jetzt schon mal unter Zahlen aussuchen lassen. Nein, lieber nicht. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht. Das ist lieber selber aussuchen. Ja. Ich denke, dieses Medley haben wir alle noch beides gefunden. Ich glaube schon. Weil wir haben ja heute schon die ganz Kleinen. Wir haben auch so die Mittlerinnen und dann so, ja, die etwas reinverblieben. Und die ganz jung geblieben sind. Die ganz jung geblieben sind. Ja. Und für du und für die. Ja. Hast du eine Keyhole rausgesucht. Ja. Ein Keyhole richtig gemacht. Was so toll ankommt und weil die Patenfirma für Bereitschaft gesorgt hat, was die gesagt haben, das muss mit auf die CD drauf. Ja. Das sind viele Songs. Ja. Eigentlich passen. Jeder kennt drauf. Gleich im Kindergarten. Ja. Und es ist halt schon ein bisschen Geld ja auch mehr und die komplett als Medley nochmal gemacht. Da ist nicht schon mal anhand dem dieser Garten. Weil ich liest natürlich relativ natürlich einspringen werde. Ein Medley, was auf dieser CD mit drauf ist. Genau. Danke.